Stefan Reinhardt ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der als aktiver Profi von 2006 bis 2015 fast zehn Jahre lang für seinen Jugendverein Bayern 04 Leverkusen spielte. Neben einer leihbedingten Halbserie beim 1. FC Nürnberg kam er in der Bundesliga nach seinem Wechsel 2015 auch für Eintracht Frankfurt zum Einsatz. Dort beendete er nach einer Saison bereits im Alter von 27 Jahren seine Karriere. Karriere Stefan Reinhardt spielte in der Jugend für den Heiligenhauser SV SSG Bergisch Gladbach und ging dann zu Bayern 04 Leverkusen. 2007 wurde er mit den Junioren der Louis-Vercuseyner Deutscher A-Jugendmeister und Pokalsieger. In der Rückrunde der Saison 2006-07 stand er aber auch schon regelmäßig für die zweite Mannschaft auf dem Platz. Mit diesem Team stieg er allerdings von der Regional in die Oberliga ab. Im Jahr darauf wurde er mit dem Oberligateam Tabellenzweiter und qualifizierte sich wieder für die Regionalliga, wobei er auch nur in der zweiten Saison Hälfte spielen konnte. Zur Saison 2008-09 erhielt er von Bayern einen Vierjahresvertrag als Profi und wurde in den Bundesliga-Agade aufgenommen. Nachdem er in der Hinrunde der Saison 2008-09 zu keinem Erstliga-Einsatz gekommen und nur in der zweiten Mannschaft eingesetzt worden war, wurde er gemeinsam mit Marcel Risse bis 2010 an den zweitligisten 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Am 9. Februar 2009 kam er dort beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zu seinem ersten Profi-Einsatz. Reinerts spielte von da an meist im defensiven Mittelfeld und in den letzten Spielen rückte er in die Innenverteidigung. Er kam ab dem 19. Spieltag in allen verbleibenden Saisonspielen fast über die gesamte Spielzeit zum Einsatz, auch in den beiden Relegationsspielen, in denen der Klub die Rückkehr in die erste Bundesliga schaffte. Nach der erfolgreichen Rückrunde in Nürnberg kehrte Reinerts auf Drangen des neuen Leverkusener Trainers Jupp Heynckes vorzeitig nach Leverkusen. Zurück. Am 31. Juli kam er dort zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz, als er in der ersten Runde des DFB-Pokals 2019 über die volle Zeit spielte. Auch am ersten Spieltag der Bundesliga stand er in der Startelf, musste dann aber erst einmal wegen eines Muskelfaserrisses pausieren. Am 16. September 2010 gab Reinerts zur Rückkehr sein Debüt im Europapokal. Hierbei gelang ihm beim 4-0-Sieg in der Gruppenphase der UEFA Europa League gegen Rosenborg Trondheim auch sein erstes Tor im Europapokal, als er das 2-0 machte. Danach kam er viermal hintereinander als ein Wechselspieler in der Liga zum Einsatz und hatte sich danach als Stammspieler in der Leverkusener Innenverteidigung etabliert. Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 12. Spieltag schoss er erstmals ein Tor. In der Folgezeit war Reinerts dann gesetzt und stand in 30 seiner 31 Spiele in der Anfangsformation. Am Ende der Meisterschaftsrunde schloss Bayer als 2. ab. Von Sommer 2012 bis zum Auslaufen seines Spielervertrags in Leverkusen arbeitete Reinerts ehrenamtlich als zweiter Co-Trainer der U17-Mannschaft. Von Bayer Leverkusen. Reinerts bis Ende Juni 2015 laufender Vertrag bei Bayer Leverkusen wurde nicht verlängert. Am 16. Mai 2015, dem letzten Heimspiel Leverkusens in der Saison 2014-15, verabschiedete der Verein Reinerts gemeinsam mit Simon Rolfes. Der seine Karriere nach dieser Saison beendete offiziell im Stadion vor dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Am 22. Mai 2015 unterschrieb Reinerts einen Zweijahresvertrag bei Eintracht Frankfurt. Sein Bundesliga-Debüt für Eintracht Frankfurt absolvierte er am 16. August 2015 bei der 1-zu-2-Niederlage im Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg. In diesem Spiel erzielte er sein erstes Tor für die Eintracht mit dem Anschlusstreffer in der 19. Minute. Nach der Saison 2015-16 beendete er aufgrund gesundheitlicher Probleme seine aktive Fußballkarriere. Nationalmannschaft Reinerts ab 2007 für die U19-Nationalmannschaft aktiv nahm 2008 mit dieser an der U19-Europameisterschaft in Tschechien teil und gewann im Finale mit 3 zu 1 über Italien den Titel. 2008 spielte er viermal für die U20-Nationalmannschaft und ab 2009 gehörte er der U21-Nationalmannschaft an. Am 6. Mai 2010 wurde er durch Bundestrainer Joachim Löw für das Spiel gegen Malta und damit erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. In diesem Spiel, welches am 13. Mai stattfand, kam er auch zu seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft. Als er in der 72. Minute für Samy Kedera eingewechselt wurde. Sein drittes und letztes Länderspiel absolvierte er am 2. Juni 2013 in Washington, D.C. gegen die Auswahl der USA. Erfolge Bayer 04 Leverkusen Deutscher A-Juniorenmeister Deutscher A-Junioren-DFB-Pokalsieger Deutscher Vizemeister 2011 Erster FC Nürnberg Aufstieg in die Bundesliga Erster FC Nürnberg Aufstieg in die Bundesliga ErsterSef